ja hallo leute hier wieder euer toson mit let's play fable 3 afterwards und wir haben da ja jetzt ein paar gold schlüssel bekommen und ich weiß wir haben da noch ein oder zwei goldene tore zu öffnen und das erste das wir angehen das ist dort wo wir geflohen sind aus dem schloss das müsste dann gleich davor irgendwo unten sein das können wir dann gleich sehen von der klippe nämlich an und da schauen wir wir sind da nicht gut genug ausgerüstet für diese jungs was suchen die jungs da im keller das nicht und einer bild noch oder ja du hast das letzte mal gebrüllt also mit diesen jungs habe ich nicht gerechnet naja so das ist immer mehr und mehr gold also ich sehe dass du jetzt schon darum da ist es ja ja meine lieben freunde die zwerge so müssen wir uns ein wenig sputen aber belverine da im keller das ja das wer hätte sich das gedacht und mit dem eis zauber und wirbel zauber sind wir ein bisschen unterbewaffnet scheint so aber was soll es ein bisschen kämpfen schadet ja nie oder das ist es hier und rein mit uns zwei schlüssel haben wir gut gottse dank haben wir den knochenstampfer dabei wo kann man da hin jetzt da hinten leuchtet was gehen wir mal hin und mit mit hooo maast da kommen lasst es hin und 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 oder So, Zauber, Fernwaffe und mit Säbel. Ihr seht Leute, ich versuche ja immer alles zu kombinieren. Ihr braucht nur Schreiben und ich springe. Was ist denn das da jetzt? Aha. Ein Schatz, komm her. Jetzt bin ich aber gespannt. Das waren auch wieder Gildensegel. Ja, Hurra, sage ich da. Gut. Jetzt schauen wir noch ein bisschen, ob es da unten noch was gibt für uns. Der macht jetzt Ausdauersport, unser Held. Ja, nach dem dauernden Essen und dem Gelage, ja, ja, schon klar. Grabungsort. Lassen wir das, da ist ja nichts drin. Komm. Da, da, da. Da hinten. Da sind da Hops. Nein, Belveriner. Uhu. Dann auf in den Kampf. Mein Gott, bin ich schon so froh, dass ich wieder kämpfen darf. Da müssen wir sogar runterspringen. Ja, Hurra. Okay. Und dann kommst du auch noch zu mir. Irgendwie kämpfen wir schon ein bisschen fies, ist mir aufgefallen. Ja, seht ihr das? Cool. Du auch noch. Du kannst da raufhüpfen, wie du willst. Ich hab dich beim Krawattl. Gut. Der Move war extrem cool, gell? Ja, das ist ja extrem weitläufig, ja. Ah, da sind wir ja hergekommen. Ups, das war der Rückweg. Okay, Leute. Ich schau mich da noch ein bisschen um. Ansonsten, ja, sehen wir uns vielleicht gleich beim nächsten Goldenentor. Okay, bis gleich, euer Doso. So, Leute, da haben wir uns gleich in den Untergrund der Breitwohl Akademie gebeamt. Und da beginnt das Spiel wieder von neuem. Wir haben die Waffen gewechselt. Wo ist er? Oh, oh. Die Zauber gewechselt. Und ich nehm an, das wird etwas heftiger. Oh, oh. Ja, die Jungs hauen schon drauf, gell? Ja. Halleluja. Ja, und wir haben ja das Goldenentor gesehen. Das haben wir als letztes Mal... Hm, ich weiß nicht, was für Video das war. Ein wenig gelevelt. Da sind die ganzen Stufen darunter. Und ja, da slaschen wir uns jetzt durch. Bis dahin. Und wir werden einfach auf Konfrontation gehen. Oh, also da ist die Zauber. Oh. Die sind ja echt zäh. Das kann ja nicht sein. Wo ist denn der Respawner dahinten? So weit kann man gar nicht schießen. Auf einer Brücke zu kämpfen. Ja Leute. Kommt nur raus. Ihr blöden Hohlenmänner. Die kommen immer gleich so in Massen daher. Na gut. Wir haben es ja noch einmal verstanden. Hier der Knochenbrecher, der bringt schon was. So. Irgendwo kommen da schon wieder welche hier. Hahaha. Macht sich jetzt mein Hund einen Spaß damit. Gut. So. Und das war es jetzt. Das kann ja nicht sein, oder? Aha. Auf geht's. Was war das jetzt? Also wenn ihr noch welche goldenen Tore irgendwo gefunden habt, dann sagt's mir. Weil ich kann mich an nicht viel mehr erinnern. Ich glaub dann haben wir alle und alle Dämonentüre haben wir auch, ja. So. Bis auf das eine, dass man jetzt das weit öffnen kann. Wo ist denn das? Wo sind wir denn da jetzt? Aha. Wegelager auch gut. Cool. Das war's dann schon. Da drüben sind die Jungs. Das sind überall die Jungs. Unsere Freunde. Na es bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, gell? Da rauf und los geht's. Also die Beamerei, die ist auch ein bisschen lästig, oder? So. Jawohl. Passt schon wieder. So. Wo ist denn Jungs? Oh, das bringt nicht viel, gell? Oh, das bringt nicht viel, gell? Oh, das bringt nicht viel, gell? Wir sind ja echt wild drauf, Jungs. Und dann die Einschlafmusik, gell? Das kommt ja auch gut. Endlich einmal Balverine auf unserer Seite, ne? Das kommt. Und wenn wir hier jetzt nur Kleidung erwischen, ja, das kann ja auch nicht sein, gell? So, dann gehen wir zum nächsten. Auf geht's! Uh-oh. Uh-oh. Oh nein. Oh nein, das wir uns multipfen haben. Oh nein, ja, das wir uns verlieren? Oh nein. Oh nein, das ist nichts. Und das war's dann schon. Cool. Der letzte Heinze hat mich ja total erwischt, dass es sowas gibt. Und jetzt wieder Klamotten, oder wie? Ja, natürlich. Machen wir da jetzt rechts weiter, oder was war denn da? Ja, dann gehen wir eine Reihe um. Da ist uns ja nix, gell? Und da waren wir schon, gell? Dann gehen wir nach links. Die warten noch auf uns. Aha. Unterholen wir uns gleich verstärken, oder? Okay, ein Schatz. Das kann ja nicht sein, Leute. Also wirklich, der ganze Aufwand nur für ein Wegelagerer-Kostüm. Also da hätte ich mir schon mehr vorgestellt darunter. Also wir haben jetzt vier Kisten geöffnet. Da unten gibt es ja noch was. Wie kann man da hin? Also ich mache einen kurzen Schnitt. Ich schaue mich da kurz um und melde mich dann gleich wieder, okay? Oh, da sind wir schon. Wir haben jetzt beim ersten Tor einfach... den ganz linken genommen, also das Portal ganz links genommen und sind jetzt hier runter gejumped. Da gibt es ja in der Mitte. Und hoffentlich ist da was gescheites drinnen. Hoffentlich. Wegelagerstiefelherrn. Also ich bin jetzt wirklich ein bisschen böse auf die ganzen goldenen Tore und die Monotore. Weil was da rauskommt, ist nicht unbedingt das Goldene vom Ei. Wegelager, Sachen und so weiter. Also wir haben da jetzt alles erledigt. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja und ihr wollt am Laufenden bleiben, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt einfach nicht weiter. Und ich werde jetzt einmal schlafen gehen und mich auskurieren. Also, süße Träume. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Toso. Ciao.